Jo Freunde, was geht? Gamagery ist zurück. Es gibt wieder was Neues für euch. Ich habe mir was überlegt. Es gibt ein Gewinnspiel. 300 Euro sind wir dazu verlosen. 6x50 Euro Paysafe Karten. Alles was ihr tun müsst, ist einfach diesen Kanal folgen bei YouTube, liken, kommentieren für höhere Gewinnchancen. Also lasst die Kommentare platzen. Macht mit, Auslosung wird am 9.6. sein. Ich freue mich drauf. Danke für euren ganzen Support und eure Unterstützung. Und viel Spaß mit dem neuesten Video. Jo Freunde, was geht? Gamagery ist zurück. Eine neue Folge. Ihr seht schon wieder, ich bin schon wieder in einem neuen Casino. Heute im 7 Science mit einer Bellis von 3000 Euro. Schön, dass ihr dabei seid und eurem verrückten YouTuber zuschauen wollt. Ja, lief leider nicht mehr so gut auf den anderen Seiten. Deshalb heute mit einer neuen Balance 3000 Euro in 7 Science rein. Ich muss sagen, im Moment ist ein bisschen der Wurm drin. Ich komme immer hoch und dann war es das wieder. Ja, für mehr Transparenz. Ihr wolltet es wissen. So ist die Lage aktuell. Ich gehe mit einer neuen Balance. Heute 3000 Euro in 7 Science rein. Bonus bei Video wird das hier werden. In Madame Destiny Megaways. So heißt das Game. War ich auch lange nicht mehr drin. Damals hatten wir da ja mal einen richtig, richtig dicken Hit drin. Mit diesem Mieze Katzen. Da war ja alles fool. Seitdem habe ich es nicht mehr so aktiv gespielt. Ich werde heute ein bisschen höher kaufen. In der Hoffnung, dass ich die Balance irgendwie aufbauen kann. Genau. Und macht euch bewusst. Ich habe natürlich auch seit dieser Amundra-Geschichte sehr, sehr oft schon gezockt. Und da war auch viel Schrott dabei. Deswegen im Endeffekt kann ich froh sein, dass ich es so geholt hatte. Aber ja, es wird auch mal wieder Zeit, dass wir wieder was holen. Deshalb mit einer neuen Balance hier 1000 Euro Bonus bei. Wir haben 8x, was gut ist. Aber leider nur 5 Spins. Da muss dann immer direkt was passieren. Das ist dann schwierig. Aber mal schauen. J auf 2. Ne. Boah, nice. Aber mal schauen, ob der was hinkriegt. Ich dachte, wir haben mehr tatsächlich. Aber 208 Euro, 300 Euro. Auch eine höhere Gewinne. Euler auf 2. Ja. Ging gar nicht. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. 314 Euro. Ich habe eigentlich echt Bock gehabt auf diese Session. Aber der Start lässt schon mal zu wünschen übrig. 800 Euro Bonus bei CDNU. Ja, abonniere nicht vergessen. Like nicht vergessen. Kommentieren nicht vergessen. Euer Gambit. Wir gehen rein. Jetzt kommen. Ich hätte mal Bock, hier 20x zu kriegen. Und dann mal richtig schöne Freispiele zu sehen. Mal wieder. Ja, okay. 8 nehme ich auch. Aber dann 12. Ah, okay. 8. Schon mal besser als gerade. Aber ich finde 8 auch relativ gering. Aber 5 ist wirklich Katastrophe. Okay, 8, 8. Mal gucken, ob er was bringt. Theoretisch würden 5 auch reichen, wenn er halt einen dicken Hit gibt, ne? Direkt. Oh, 8er Multi passt schon. Wir brauchen halt Hits. Ah, die Herzenschale. Boah. 284. Ja, gute Mega-Race. Ja, auch wieder Minus, ne? Und jetzt haben wir schon 1000 Euro weg in 3 Minuten. Ja. Muss ich aufpassen. Mal gucken, was er macht hier noch. Im selben Zeit. Ich hätte echt Bock, dass wir mal wieder so eine Reise nach oben machen. Ist natürlich klar. Habt ihr wahrscheinlich auch Bock drauf. Ist auch klar, wieso ich da Bock drauf hab. Oh, 10x. Gut. Und 10 Spins. Gut. Ja. So, aber wer auch mal wieder verdient jetzt. Ganz ehrlich. So viel durchgezockt. Muss jetzt mal wieder abkommen. Direkt 2 Nieten. Gut. Jetzt mal. Der muss mal 2 Whites reinklatschen oder so. Und dann mal was machen. 2 Whites kommen mir hier viel zu selten. Hier, die. Komm, hau mal einen raus. Ja. 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 Nicht schlecht. 512. Gut. Der war wichtig. Oh, die sind auch gut. Ei, 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 ei. Die sind ja sehr gut. 1.920, 2.800. Let's go, Freunde. Let's go. Der war gut. Der war gut. 4.100 drauf. Dann probieren wir mal ein bisschen. Okay. Jetzt ein bisschen kurz Base Game zocken. Manchmal hab ich Glück. Und dann geht der rein. Oder macht paar Bilder. Zwingli wäre natürlich ultra nice, wenn der Rengemitte. Gut. Die Eule, finde ich, ist auch ein geiles Symbol hier. Kommt aber auch sehr selten. Okay, ich würde sagen, Freunde, 1200 Euro Bonus bei, let's go. Seht ihr nur hier, Abfahrt. Jetzt mal Madame Destiny ein bisschen hochpushen, das Ding. Ich will was sehen. Schön mal ein 25x. Schön mal ein 25x, Freunde. 10, gut. Sehr gut. 10, 10 ist Bombe. 10, 10 ist gut. Einfach eine geile volle Reihe jetzt, komm. Die gerade war ja schon echt gut. Also sehr gut. Ja, schade. Ein paar Herzen. Oh, nein. Ja, Mann, Alter. Das ist geil. Das ist geil. Verlängerung, Alter. 816 Euro. Geil. Und jetzt einen hohen Multi da drauf. Boah, hab ich mich wirklich jetzt gefreut. Und jetzt sind wir bei 15. Und 12 Spins mehr. Der könnte jetzt komplett eskalieren. Let's go, Freunde. Das hatten wir noch nie. Abfahrt. Abfahrt. Das könnte er jetzt werden, ey. Komm schon. Komm schon. Weiter, weiter, weiter. Gut, weiter. Ihr seht schon. 522 sind da schon bei 15x. Oh. 18 Spins noch. Das muss er werden. Da muss jetzt ein richtig dicker Hit knallen. Im Seven Signs. Come on. Come on. Bessere Ausgangsposition kann man nicht haben. Let's go. Miezen. Gut. Oh, geil. Weiter. Oh, gut. Weiter. Ja. Kotze ich mal richtig aus jetzt. 1000 Euro wieder. Nice. Ja. Oh, geil. Der macht richtig Welle. 1700. Nice. 4400. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. 14 Spins noch, Freunde. Jetzt einmal ein Premium-Symbol durchziehen. Und dann ist es vorbei. Schade. Jetzt noch 11 Spins. Oh, nein. Alter, die Eule. Das wär's. Und wenn er das macht auf Mal 15 mit der Eule, dann weiß ich gar nicht mehr, als ich glauben soll. Och, komm, schon viel zu viele Dead Spins. Wir brauchen Gewinne. Nein. Mach nicht so viele Dead Spins. Ass. Ja, hinten. Ass. Oh, der ist fett. Der ist fett. Der ist fett. Der muss fett sein, ne? 2000. 2250. 6700. Sauber. Jetzt noch einmal Premium. Uh. Nein. 3 Spins noch. Einmal noch. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Nicht so viele Megaways. Letzter Spin. Ja. Oh. Mieze, 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 Mieze auf zwei. Mieze auf zwei. Ja, kommt, ne? Nein, kommt nicht. Der DR-Herz nicht weg. 1460. 8304 Euro. Endlich mal wieder einen richtig dicken Head gelandet, Freunde. Sauber. Wuhu. 11.000 drauf. 11.000 drauf im Seven Signs. Och, sauber, ey. Da fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen, Freunde. Ei, 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 ei. Geile Nummer. Boah, geil, ey. Dass der verlängert hat und so. Heftig. Schöner Gewinn. Sehr schöner Gewinn. Schönes Madam Destiny Video. Geile Folge für euch. Heftig. Geil. Aber ich sage euch, Freunde, wenn ihr da einmal irgendein Premium-Symbol vollgibt, ist es vorbei. Dann knallt es hier uns alle weg. Let's go, wir gehen nochmal rein. Was soll's. Jetzt haben wir ja ein bisschen was auf der Ruhe. Abfahrt. Komm. Na, 3x. Und 10. Boah, Verlängerung ist so geil in dem Game. Heftig. Kommt aber fast nie. Okay. Okay, wir starten. Mit 175 Euro, okay. Bin gespannt, ob er noch was über hat. Weil das war ja jetzt schon ein sehr dicker Hit. Hier zwei Herzen. Das wär's. Ach so, die sind ja vorgeholt. Ich hab schon wieder gar keinen Plan. Die Eule ist krass. Die müssen wir mal Fuhl kriegen. Wieder ein gutes Bild, sauber. Damit kann ich arbeiten. Ich bin noch ein bisschen verwirrt von gerade, muss ich sagen, von den Freispielen. 270, nice. Boah, gut. Gut, alter. Und... Habt ihr's gesehen? Oh, Digga. Hier vorne. Diesen hier. Oh. Digga. Das hätte richtig krachen können. Wir gehen noch mal rein. Das macht Bock. Let's go, Freunde. Euer Gammajoo. Abonnier nicht vergessen. Fünf X. Zehn Spins. Nehmen wir. Abfahrt. Der hat noch einen für uns. Habt ihr gesehen, ne? Nietzsche auf zwei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Das wär er gewesen. Schönes Bild. Sehr gut. 678. Sehr gut. Nämlich... Kommt schon. Boah, 792. Ja... Einmal für die Community. 1.500 Euro. Let's go. Wir gehen rein. Dann hab ich 9.000 drauf. 11.000 haben wir drauf. Ja. Aber da... ...kriegen wir jetzt noch mal was. Jetzt hab ich ein bisschen Balanced. Komm. Dann müssen wir einmal was wagen und dann gewinnen. Acht. Auf 10 Spins. Acht. Komm. Komm. Come on. Let's go. 15 Euro fach. Komm jetzt. Lass ein krachen. Ein Banger. Sehr gut. Guter Start. Sehr guter Start. Den gerne jetzt direkt danach noch mal. Dann haben wir jetzt nämlich Geld wieder drin. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Gebt mir ihr Herzenfuhl. Kerze. Komm schon. Nicht aufgeben. Komm. Nicht aufgeben. Ja. Ass. 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 Machs Ass vorne. Schade. Weiter. Letzter Spin. Komm. 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 Ach. Mann. Ich glaube der ist tot. Ich bin zu heftig auseinander geführt. Genau 10 Euro auf den Tacho ey. Ich gehe eine Runde in den Goldsalut und VIP-Blackjack-Freunde. Gut. Da wäre ich gerne dabei gewesen bei der 6. Schleinhalbtausend Euro Einsatz. Let's go. Seht ihr nur hier. Abunde nicht vergessen. Like nicht vergessen. Come on. Come on. Come on. Wir gehen rein. Gamble Joey. Bam. Bam. Ass. Perfekt. Und Blackjack. Blackjack. Ich ziehe bei beiden. Ja. Nein. Aber egal. Irgendwie der 1,20 am Mobile. Alter. Hier seht ihr es. Jetzt sitze ich hier wieder, ne, Freunde. Am Blackjack-Tisch. Ich habe auch nicht hell geschrieben. Ist klar. Ist klar, Freunde, ne? Ist klar. Ist klar. Ist klar. 9,8 drauf. Wir müssen halt beide gewinnen. Ich übertreibe jetzt. 2800 Euro Einsatz. Wenn wir beide Hände gewinnen, dann kracht es hier. Oder mal ein paar Sidebets auch mitnehmen. Optimalfall. Beide Hände gewinnen und beide Sidebets. Das wäre natürlich, das wäre natürlich mal Premium. Also, ein Götzenflasch vielleicht. 18 gegen 7 ist okay. 13 ist schon wieder. Cutter. Mach mal 7,8 drauf. 7,7,7. Jo. Nice. Nice. Dann gib ihr eine 17 und dann bin ich hier raus, weil ich übertreibe schon wieder. Komm, komm, komm. 10. 12.000 Euro drauf. Kleine Runde. 200 Euro noch. Oh, ein Glück, ey. 12.000 wieder drauf. 15. Science. Das gefällt mir. Ja, und jetzt kriegst du mal ein 20. Krass. Ich hatte erst überlegt, nochmal 2.000 draufzusetzen, aber ich will die Balance jetzt auch nicht so krass riskieren. Ich weiß, gerade in der letzten Zeit war ja ein bisschen schwieriger. 15. Oh, 20. Krass. Ich mach's. 2.200. Komm. Let's go. Let's go, Freunde. Let's go. Gut. Boah, jetzt ein Ass drauf, der Premium. 20 wieder. Nice. Gegen 3. Ach, könnte man. Ne, mach ich nicht. Ich hab überlegt, aber wir nehmen die 20 mit. Let's go, Freunde. Macht's gut rein. Macht's gut. Bis morgen. Euer Gamble. Tschau.